Ja Moinsen Leute, wieder mal eine kleine Bastelstunde. Und zwar tausche ich heute diese olden Griffe hier. Die hässlichen und bei schwitzigen Händen dann doch rutschigen Lenkergriffe aus gegen diese hier. Ja, das sind schöne Handschmeichler aus Leder und die kommen da jetzt rauf. Das ist doch ein schöner Handschmeichler. Super, läuft! Jetzt ein Schnitt hier. Schnitt hier bescheinert. Na? Ziemlich. Und da wird sich aber raus. Ziemlich. Na, wer sagt's? Und da dann auch. So. Ziemlich. 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 Poli Fruchtig. Euer Kuddel.